Sie lassen sich überhaupt recht wenig sehen, junge Frau. Auf Wiedersehen! Haben wir die Ehre, Frau Cotica! Haben wir die Ehre! Scharf oder Stein? Ohne Kolon und Puder. Danke. Also, das muss Ihnen der Neid lassen. Der sorgfältigste Barbier, dem ich jemals zum Opfer gefallen bin. Aber, dass Sie ausgerechnet in Großpaterstadt leben, das ist mehr ein Rätsel. Die Verhältnisse, Herr Hauptlehrer. Die Verhältnisse. Ein solches Talent hätte jeder Salon in jeder Weltstadt mit Handkuss angestellt. Gründlich, aber ich lasse mich nicht mehr anstellen und bin lieber mein eigener Herr. Sogar muss man Tag und Nacht schuften, aber man will eben seine Freiheit haben, Herr Hauptlehrer. Was haben Sie denn von Ihrer Freiheit, wenn Sie immer nur schuften müssen? Nichts. Naja. Glauben Sie mir. Gruß Habersdorf. Das gibt's nur einmal. Das ist der Tod. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, allerseits. Habe die Ehre, Herr Hauptlehrer. Habe die Ehre. Die Ehre. Vielen Dank.